Hey, hey, jetzt werde ich dir mal zeigen, was ein alter Mann alles drauf hat. Ich habe mich vorhin nur warm geschossen. Officer White, eine Sprecherfleitung drei. Officer White, eine Sprecherfleitung drei. Pass genau auf. Feuer einstellen auf Schatten sieben und acht. Waffen sichern, die Schatten einruhen und die Schatten verlassen. Hey, hey, sieh dir das alles. Nicht übel für einen alten Mann. Okay, geh aus dem Weg, alter Mann. Lieutenant Evans, bitte zur Aufsicht des Schiedsstandes. Lieutenant Evans, bitte zur Aufsicht des Schiedsstandes. Sergeant Dennis, melden Sie sich bei Ihrem Captain. Sergeant Dennis, melden Sie sich bei Ihrem Captain. Jetzt lacht er sogar.